In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihr Hypnose-Programm nutzen und zur optimalen Wirkung bringen können. Das ist ganz einfach. Sie brauchen dazu nur drei Schritte. Den ersten haben Sie vielleicht bereits erledigt, wenn Sie Ihr Programm schon bestellt haben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, können Sie ja im Anschluss an dieses Video Ihr Wunschprogramm downloaden. Das ist sehr einfach. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche zum Bestellen, wählen Sie eine einfache Bezahlungsmethode aus und dann gelangen Sie mit dem nächsten Mausklick schon zu Ihrem Hypnose-Programm. Dann können Sie alle Dateien einfach downloaden. Und die laufen auf jedem Gerät, das Musik- oder MP3-Dateien abspielen kann. Das ist heute jeder Laptop, jeder PC, iPad, Tablet, Ihr Smartphone kann das. Entscheiden Sie selbst. Und dann kommt Schritt 2. Sie beginnen mit Ihrer ersten Hypnose. Wählen Sie einen Platz bei Ihnen zu Hause. Einen bequemen Platz. Vielleicht einen, an dem Sie sich sowieso gerne und oft ausruhen. Legen Sie sich auf die Couch, setzen Sie sich in einen bequemen Sessel oder legen Sie sich einfach aufs Bett. Verwenden Sie Kopfhörer. So ist die Wirkung optimal. Stellen Sie zunächst eine angenehme Lautstärke ein. Dann lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Sie hören während Ihrer Hypnose, die etwa 70 Minuten dauert, Entspannungsmusik. Und Sie werden von einer angenehmen Stimme durch das Programm begleitet. Ihr Vorteil ist, Sie brauchen nicht aktiv zuzuhören oder irgendetwas mitzumachen. Einfach nur entspannen. Das ist genug. Die Wirkung tritt ein, weil Sie tief im Inneren alles mithören, selbst dann, wenn Sie einschlafen würden. Aber Sie werden nicht schlafen. Sie werden sich nur sehr, sehr tief entspannen. So tief, wie es für Sie eben am besten ist. Am Ende der Hypnose werden Sie dann wieder vollkommen wach sein. Stehen Sie dann wieder auf, öffnen Sie vielleicht ein Fenster, atmen Sie frische Luft und trinken Sie ein Glas frisches Wasser, damit Sie wieder so richtig fit sind. Recken und strecken Sie sich. Sie können die Hypnosen aber auch abends hören, vor dem Einschlafen. Sogar als Einschlafhilfe oder Einschlafunterstützung. Schalten Sie dann am Ende einfach das Gerät aus, legen Sie es zur Seite und dann schlafen Sie einfach ein. Und Sie werden hervorragend schlafen. Dann kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist das konsequente Anhören aller zehn Hypnosen nacheinander, aber jeden Tag nur eine. Dann erreichen Sie die optimale Wirkung. Und auch nach diesen zehn Tagen wird die Wirkung weitergehen. Denn in weiteren drei bis vier Tagen wird der Organismus die Hypnosen noch tiefer verarbeiten. Aber Sie werden die positive, die konstruktive Wirkung schon nach der ersten Hypnose spüren. Das garantiere ich Ihnen. Wenn Sie die Wirkung insgesamt noch verstärken und optimieren wollen, können Sie das Programm auch ein zweites Mal durchlaufen. Aber Sie werden sehen, über Wochen und Monate hinweg wird sich Ihr Zustand bessern, werden Sie Ihr Ziel immer mehr erreichen und immer zufriedener sein.